so rockabye baby rockabye i'm gonna rock you rockabye baby don't you cry jo man, neue Stars wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Gaming Video Heute ist Montag und ich hoffe ihr hattet gestern und vorgestern eine schöne Weihnacht jedenfalls der heiligabend und der erste Weihnachtstag ich hoffe ihr hattet Spaß und bekommt viele Geschenke und heute kommt ein neues Game diese Woche ist Volleyball gerade dann fangen wir mal an sehr cool und einmal gespielt ist man im Duo mit Volley nochmal ein schnelles Spiel normal im Video nicht so gut Team, komm Team soll mir nehmen Deutschland er kommt nämlich in Deutschland gegen 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 Österreich das ist nicht gut Männer oder Frauen da macht mal Gemisch machs Gemisch das ist mehr an und Frauen und die machen in Manhattan das ist ein schönes Beachvolleyfeld hab ich vorher schon angeschaut und hier schön am Strand oh ah das ist ein Mann und eine Frau in Deutschland und jawohl los geht's ich fang mal an da muss ich so und Anschlag rüber und rüber und und dich und Mann hintern sie ja jetzt komm und drüber ja komm und Mann wieder und die Frau da hinten schön oh das ist ein Punkt die war 1 zu 0 für mich super und komm 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 oh diesmal bei Volleyball habe ich Spiele genug gefunden die man mit beziehungsweise mit zwei Spielern machen kann Handball aber das ist leider nicht der Fall aber bei Handball ist das ist wieder der Fall ach Fehler schon zweimal gut oh ein Fehler Mann das magst du denn auch und wieder zu viel Mann ihr wundert euch sicher warum das Video heute etwas früher kommt normalerweise kommen wir da wieder und er ist draußen am Montag um 6 Uhr aber weil heute ja noch Weihnachten ist und heute Weihnachtstag kommt das Video heute schon etwas früher oh entschuldige mich nächste Woche kommt es dann wieder ganz normal um 6 Uhr wir haben sehr viele Zuschauer nein wir haben sehr viele Zuschauer wir sind das unter 7 oder 8 und hier kommt ja schön hoffentlich geht es nicht allzu lange so lange kann ich auch nicht ein Video machen jawoll Jungs 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 man hört sogar die Wellen man hört sogar die Wellen und das ist so gut Oh da könnte es gerade so fest sein oh nein es kommt CLOUK Oh nein das kommt CLOUK oh mein da kommt CLOUK und er ist soweit oh nein das macht er ein spannendes Nachbar-Duell das sind Leute schon und das nicht Oh, schön! Oh, schön! Oh nein, der folgt um die 4 schon eine 7 zu 3 Ich glaube, dieses Spiel geht noch lange nicht. Auch nicht auch zu lange, weil... Jetzt ist mein Video fast zu lang. Weil ich normalerweise ist das Video so in die 8 Minuten bis zu 10 aber jetzt haben wir ja schon fast 8 Minuten und ich habe nicht mal den ersten Satz gespielt. Aber ich kann noch mal ein längeres Video machen. Auch schon zu schlimm. Ob das macht Spaß? Wie finde ich auch spannend? Schon 8 zu 3, glaube ich. 8 zu 3, glaube ich. 8 zu 3 Ich habe wieder einen Schlag Ui, schöner! Oh, schöner! 9 zu 3 Jetzt noch ein Ball, glaube ich, auf den Ja, auf den Da habe ich den ersten Satz gewonnen den 4 und im 1 1 2 3 4 4 kommt jetzt durch mich jetzt lieber von hinten Ah! Ja! Ein Punkt für uns! Geht weiter? Ah, es geht gar nicht auf 10 Ah, es geht auf 11 Aha! Das war's jetzt mit dem ersten Satz Jetzt kommt schon der zweite und ja Oh Das ist der Fehler und damit beende ich auch das Video, auch wenn das jetzt noch ein Satz verspielen ist ich spiele jetzt noch fertig aber ich sag dann euch das nächste Mal wie es ausgegangen ist am Mittwoch Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht macht doch ein Like da Abonniert uns und kommentiert etwas in die Kommentare und dann an Mittwoch Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Ja! 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 Ja!